Ich habe mir auch immer so mal Gedanken gemacht in den letzten Jahren, warum das die da wo im Bus sind oder in die Häuser drin sind, warum das die Waffe nicht aufbauen, warum das nicht so gut ist. Und es ist folgendes, ich bin drauf gekommen, dass die Medien als Waffe benutzt werden und der Medienkompetenz am allerwenigsten, fast nicht zu erreichen, wenn sie ZDF, dann ist er heiß, online reden, alles klar, die sind nicht mehr zu erreichen und wir müssen davon ausgehen, dass wir 24 Stunden am Tag angelogen werden.